Es wurde mal wieder jemand verurteilt und zwar wegen Volksverhetzung und zwar Carola Javid-Kistel oder so ähnlich. Anscheinend eine Corona-Leugnerin, die sehr, sehr negativ aufgefallen ist. Dazu hat der liebe HeyWolfi ein Video gemacht, das schauen wir uns jetzt mal an. Sehr gespannt. Ich weiß nicht mehr genau, was die war, aber ich hab die auf jeden Fall schon mal gehört. Wir gehen rein. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und schaut auf Twitch vorbei, zweite Link in der Beschreibung. Danke. Javid-Kistel wurde nun zu einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Querdenken Ärztin musste sich unter anderem wegen den Tatvorwürfen der falschen Attestausstellung, der Beleidigung von Beamten, aber auch der Volksverhetzung vor Gericht verantworten. Volksverhetzung? Ja, weil sie eigentlich in jede Kamera, die hier hingehalten wurde, solche sympathischen Sachen sagt. Das sind biologisch-chemische Waffen und es werden tatsächlich Millionen von Menschen vielleicht also wirklich schwer erkranken und sterben. Und vielleicht übertrifft es sogar die Opfer, die beim Holocaust zu beklagen waren. Du Scheiße, Junge. Das ist schon sehr traurig, weil es ist das größte Menschheitsverbrechen, was jetzt quasi mit entgangen ist. Das größte Menschheitsverbrechen, das zu sagen mit der Geschichte der Menschheit, ist kritisch. Ja, und da dürfen wir auch die Augen nicht davor verschließen und auch wenn ich mich da jetzt quasi wieder in Gefahr begebe, ich bin nicht die Einzige, die das sagt. Der Bodo Schiffmann sagt es. Ja, ist halt blöd, ne? Da leugnest du auch nichts mehr. Und das tat Carola Javid-Kistel. Vor Gericht war sie sehr geständig und reumütig und gestand unter anderem eben nicht nur die Vorwürfe der Volksverhetzung und der Beleidigung, sondern eben auch dem Ausstellen falscher Gesundheitszeugnis. 16 Stück wurden ihr vorgeworfen. Woher kam die Erleuchtung, frage ich mich. Und ich sage mal so, die kann man ja leicht gestehen, wenn man Carola Javid-Kistel ist, weil 16 Stück in seiner Gesamtheit dürften für die Ärztin eher so ein langweiliger Dienstagvormittag gewesen sein. Weil immerhin wird ja durchaus unterstellt, dass sie ganze Blöcke abgestempelt hat und einfach blanko verteilt hat, dass die Leute draufschreiben können, was sie wollen. 16 Stück, die man da verhandelt hat, ist halt jetzt nicht so viel, kann man gut gestehen. Und Carola Javid-Kistel relativierte es ja auch, indem sie sagte, sie glaubt fest an den hypokratischen Eid. Und wenn sie daran glaubt, dass Impfungen töten, dann schreibt sie natürlich auch Teste gegen die Impfung, um Menschenleben zu retten. So kann man sich das auch auslegen und das war die Auslegung ihrer Verteidigung. So, ich hatte einen kleinen PC-Crash, jetzt bin ich wieder zurück. Wir schauen weiter, let's go. Wenn sie daran glaubt, dass Impfungen töten, dann schreibt sie natürlich auch Teste gegen die Impfung, um Menschenleben zu retten. So kann man sich das auch auslegen und das war die Auslegung ihrer Verteidigung. Und natürlich wurde es vor Gericht auch tränenreich. Carola Javid-Kistel weinte vor Gericht, wie der NDR berichtet, weil sie Angst hat, ihre Approbation, ihre Zulassung als Ärztin zu verlieren. Ja, das würde ich mir vielleicht halt mal vorher überlegen, bevor man dann solche Äußerungen bringt. Aber es ist jetzt nur ein Geheimtipp von mir. ... noch im Raum, weil Carola Javid-Kistel würde gerne weiter als Ärztin arbeiten. Und das ist eben auch die eine Sache, mit der man sie vor Gericht eigentlich wirklich bestrafen könnte, wenn man davon absieht, dass man sie ins Gefängnis schickt. Weil eine Geldstrafe, das ist halt jetzt nicht so super schmerzhaft für die Ärztin, weil sie hatte ja schon einen Aufruf bei Telegram gestaltet, dass ihre Gerichts- und Verhandlungs- und vor allem Strafkosten dann auch gedeckt werden sollen von ihr. Oh Mann ey, wirklich. Also ich habe es natürlich selber gemacht, dass ein Aufruf gestartet, dass ihr mir helft bei den Abmahnkosten. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du nicht im Recht bist. Das ist natürlich dann schwierig. Vor allem, wenn du es selber gestehst. Ihrem Publikum und ihren Fans, darüber reden wir gleich nochmal. Aber, wie gesagt, das ist das Einzige, womit man sie bestrafen könnte. Die Lizenz als Ärztin wegzunehmen oder sie in den Knast. Aber kann das Gericht ihr die Lizenz wegnehmen oder muss es dann die Ärztekammer machen? Weiß ich gar nicht. Ist ja zufällig ein Anwalt da. Beschicken und das mit dem Knast ist halt schon vom Tisch. Also waren sicherlich die Tränen auch ein bisschen Berechnung. Aber natürlich muss man auch sagen, das soll hier groß passieren. Die meisten Gerichte, eigentlich kein Gericht hat bis jetzt in Deutschland wirklich Querdenker, gerade Querdenkerärzte hart bestraft mit einigen Ausnahmen. Also wirklich viel kann ihr da halt nicht passieren. Und zudem hat sie natürlich Glück, dass man Telegram noch nicht faxen könnte. Sonst hätte vielleicht die Staatsanwaltschaft und auch der Richter etwas härter und ein bisschen kritischer auf sie reagiert. Immerhin verbreitet sie auf Telegram sogar kurz vor dem Prozess auch, dass man zum Beispiel Menschen ja vielleicht über die Chemtrails impfen könnte. Und erzählt halt auch einfach, dass Impfungen krank, dumm, hässlich machen oder dich gleich sofort umbringen. Was eine Scheiße. Also ich meine, man sollte ja als Arzt genauso wie jeder andere auch seine Meinung sagen dürfen. Und gerade wenn du halt eine Meinung hast, die vielleicht nicht der, also wisst ihr, nicht die herrschende Meinung haben, dann solltest du es natürlich auch sagen dürfen. Aber ich meine, also das ist ja wirklich außerordentlich dumm. Ja, und also das sollte schon bestraft werden, finde ich. Das härteste lieferte sie aber drei Tage vor ihrer Verhandlung. Dort schrieb sie nämlich unter anderem, dass sie total ungerechtfertigt in Abschiebehaft saß, weil sie ja war ja in Mexiko, wohin sie geflohen war vor der deutschen Justiz. Und die ganzen Vorwürfe für sie beschrieb sie alle mit angebliche Attestbetrug, angebliche Beleidigungen, angebliche Volksverhetzung, angeblich, 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 angeblich. Also alles nur, ja, Schall und Rauch. Und drei Tage vorher, und ich bin mir sicher, drei Tage vorher, hatte ja Carola Javidkistl schon mit ihrer juristischen Vertretung sehr genau besprochen, dass sie alle Vorwürfe einräumen wird, gestehen wird, sich ruhig zeigen wird, um das Strafmaß deutlich zu senken. Ja, kann ich mir auch vorstellen, können wir natürlich nicht wissen, logisch, aber ist schon relativ wahrscheinlich. Ich finde das wirklich kritisch, dass man ihr das dann vor Gericht abkauft, falls das passiert ist, dass sie wirklich Reue zeigt, wenn sie drei Tage vorher so eine Gülle da reinschreibt. Wenn sie diesen Post machte, wusste sie also schon, dass sie schuldig ist und dass sie das alles gestehen wird. Ja, das ist halt schwierig. Warum sie es also gemacht hat, klar, weil es ist halt dumm, wenn man da querdenken und sehen, dieser Sekt, der sagt, oh Gott, ja, also ich habe das alles gemacht, das tut mir sehr leid, ich entschuldige mich, ich bin reuig, ich bin eine Straftäterin. Weil das finden die ja nicht so geil. Geiler findet man, wenn man sagt, der böse Staat, versucht mich zu unterdrücken und wenn ihr wahrheitsliebend seid, dann unterstützt mich in meinem Kampf für die Wahrheit. Ja, spendet doch mal ein paar Hunderter, hä? Was ist los? 168 Subs? Ich werde angeklagt wegen angeblicher Volksverhetzung, dann müsst ihr mich doch mal unterstützen, Mann. In drei Tagen werde ich zwar sagen, dass ich schuldig bin, aber egal, jetzt spendet doch mal. Spendet mir Geld und schenkt mir Geld, damit ich meine Gerichtskosten begleichen kann. Schön, ob ihr jetzt willkommen. Merkt ihr was? Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Ist meine Meinung. Und ich meine, man sieht ja, wie reuig Carola Javid-Kistl wirklich ist, wenn sie am gleichen Tag nach ihrer Verurteilung gleich mal Werbung postet auf Telegram für eine Gesprächsrunde mit einem anderen schon verurteilten Schwurbelarzt, Rolf Krohn und einem Corona-Profiteur, Markus Böenig. Beide hatten wir hier auf dem Kanal schon das Thema. Und mit denen zusammen ein Talk machen will, wie gefährlich und wie schlimm es doch ist, dass man vor Gericht verurteilt wird und wie so schlimm so Prozesse gegen Schwurbelärzte wirklich sind. Ist das wirklich einsichtig? Ist das wirklich reuig? Kann man sich selber eine Meinung bilden? Finden sie aber geil, dass das Ganze organisiert wird von einem Verein, der mir überhaupt nichts gesagt hat, der aber zu Rolf Krohn gehört. Und das ist ja auch das Geile bei Querdenken. Das sind so 15, 20 Handeln, die immer wieder neue Sachen gründen, die dann irgendwie hochtrabend klingen. Das ist voll der kleine Kreis mit Ringelbeats mit anfassen. Das ist wirklich beeindruckend. Aber wisst ihr, die Leute wollen halt Eindruck schinden und quasi krass wirken und wissenschaftlich, damit die Bevölkerung, die halt vielleicht nicht so den Durchblick hat, dann da drauf reinfällt, sag ich mal. Das ist halt deren Taktik und die funktioniert leider. Jetzt habe ich aber noch eine schlechte Nachricht. Für die Menschen in Mexiko. Weil Caroda Javitschisten möchte zurück nach Mexiko gehen, um dort bei der Ärztin zu arbeiten. Deswegen, ich drücke euch... Okay, Mexiko wird es nicht für mich. Ich wollte eigentlich nach Mexiko ziehen, jetzt lasse ich es. Alle Daumen, liebe Mexikaner, dass das mit der Approbation nichts mehr wird. Ja, drücke ich euch ganz fast die Daumen. Und wenn nicht, dann schon mal sorry im Namen der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben es versucht. Oder auch nicht. Und euch kann ich nur sagen, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Unterstützung. Dieser Kanal ist wahnsinnig gewachsen die letzten Tage und Wochen. Und das freut mich sehr. Ja, sehr nice auf jeden Fall. Cooles Video. Ich hatte davon überhaupt nichts mitbekommen. Und da ist es natürlich sehr interessant, da einmal so einen Einblick zu bekommen in die ganze Geschichte. Ich finde es sehr, sehr spannend. Und auch cool, dass er das macht. Von daher lasst ihm auch gerne ein Abo da. Ich weiß nicht, was sonst so auf seinem Kanal kommt. Aber wirkt auf jeden Fall sympathisch. Ich habe gerade auch ein Abo da gelassen. Und ein Like. Lasst doch gerne hier ein Abo und ein Like da. Verschwört euch nicht. Und werdet keine Verschwörungstheoretiker. Aber zum Abschluss muss man natürlich sagen, Corona war eine Lüge vom Staat und von Bill Gates zusammen. Da bin ich fest von überzeugt. Vielen Dank fürs Dabeisein.